Hi Leute! Willkommen im Kurzurlaub von Corina und Elias hier in Frankreich in Champs-les-Sims. Und wir sind hier in unserem kleinen Ferienhaus angekommen, das wir für die zwei Tage Urlaub, den wir hier haben werden, bekommen haben. Die Idee hinter diesem Urlaub ist ja, dass wir den gewonnen haben, dass wir den im Lotto gewonnen haben und jetzt spontan halt hierher gereist sind. Deswegen ist ja Valerie auch mit unserer kleinen Tochter Mara allein zu Hause und die kommt da schon klar. Und da werden wir nächste Folge auch nochmal weiterspielen. Aber die heutige Folge verbringen wir halt mit den beiden hier im Urlaub. Und ja, ich hoffe, euch gefällt einfach so generell das Konzept davon, dass wir hier ein bisschen Zeit verbringen. Und ja, die beiden quatschen hier ein bisschen, die sind ja gerade erst hier angekommen. Das hier ist tatsächlich grundlegend ein Grundstück, was hier schon generell ganz normal in dieser Nachbarschaft steht. Also falls ihr Reiseabenteuer habt, kennt ihr ja bestimmt auch diese Welt hier. Es ist eine wunderschöne französische Welt hier in Sims 3. Und dieses Grundstück steht hier halt standardmäßig hier in dieser Ecke. Ich habe es nur ein bisschen renoviert, ein bisschen verschönert, mehr Blümchen hier draußen hinzugefügt und auch drinnen das Haus ein bisschen hübscher gestaltet. Ich habe das generelle Layout nicht verändert. Also hier stand schon immer eine Küche, da war schon immer irgendwie ein Sitzbereich. Aber ich habe es halt ein bisschen hübscher gemacht. Ich finde, es sieht so ein bisschen stimmiger, ein bisschen süßer aus, als es jetzt standardmäßig war. Und ich habe hier natürlich auch ein paar Storeobjekte hinzugefügt und aus anderen Packs Sachen verwendet und so. Und deswegen sieht das natürlich ein bisschen anders aus, als es bei euch im Spiel wäre. Aber ja, ich wollte halt schon ein hübsches Grundstück haben, wo die beiden ihren Urlaub zusammen verbringen können. Und ja, warte mal, kannst du vielleicht noch mal einen Schwebekuss geben? Und ja, das ist soweit gerade die Idee. Und ich würde die beiden dann direkt auch mal losschicken, denn wir sind ja nicht nur hier, um so Zeit miteinander zu verbringen, sind wir natürlich auch. Aber nicht nur, wobei, komm, lass uns doch mal, bevor wir losgehen. Ich finde, der Spaß von den beiden ist noch ein bisschen gering. Ich meine, wir sind hier, es ist so eine Art, Leute, schafft ihr es? Es ist so eine Art nachgeholte Flitterwochen, weil nach der Hochzeit von den beiden hatten wir kein Geld und keine Möglichkeiten, tatsächlich direkt in Flitterwochen zu gehen. Deswegen, wir machen kein Baby. Deswegen, ja, behandeln wir das so ein bisschen so, als wären das hier nachgeholte Flitterwochen. Oh, wie süß ist denn dieser Brunnen hier? Sehr toll. Oh, guckt euch immer das Pärchen hier nebenan an. Warte, das ist doch ein Pärchen, oder? Die wirken aber auch süß. Und ja, deswegen halt, ich meine, unser Kind ist schon ein Kleinkind. Das ist jetzt schon Jahre her, seit die beiden geheiratet haben, so in den Sims-Zeit. Aber wir tun jetzt halt einfach so, als wäre das jetzt halt irgendwie hier unsere Gelegenheit gewesen, um das ein bisschen nachzuholen. Und du kannst dich eigentlich auch mal umziehen. Und dann gehen wir nämlich tatsächlich los. Nachdem wir hier uns einmal ein bisschen mit unserem Ferienhaus bekannt gemacht haben. Ah, okay, man kann leider die Kommode hier nicht benutzen, aber das ist egal. Das ist nicht so wichtig. Solange das Bett benutzbar ist, das ist eigentlich das Wichtigste bei dem Ferienhaus. Ich glaube, sonst würden wir gar nicht so viel weiteres benutzen. Aber, Corina wünscht sich, dass wir hier das Museum besuchen. Dann lasst uns das doch mal zusammen machen. Ich muss nur einmal kurz gucken. Ja, genau, ich wollte nämlich einmal den hier verkaufen. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie mit dem Auto fahren. Ich fände das irgendwie unpassend. Und sie möchte hier die Fotografiefähigkeit erhöhen. Können wir ja mal schauen. Ja, da sind wir ja eigentlich noch gar nicht so hoch in der Fähigkeit. Da können wir bestimmt noch ein bisschen was mit machen. Wie kommst du auch? Fährst du auch mit dem Ding ins hin? Oder wie machen wir das? Ja, sehr schön. Das freut mich. Das wäre voll süß, wenn die auch tatsächlich einen Helm tragen würden. Weil es ist ja eine Vespa. Es ist ja schon ein motorisiertes Gefährt. Und wenn man mit dem... War das schon immer da? Ich habe noch nie gesehen, dass hier einfach eine Straße steht. Was? Wenn ihr auch Sims 3 Reiseabenteuer habt, könnt ihr mal nach Champs-Les Sims laden und gucken, ob in dieser Ecke vor dem Museum bei euch auch einfach ein Stück random Straße steht. Weil halt, also selbst wenn ich... Ich habe keine Ahnung, warum da einfach ein Stück Straße auf dem Hügel ist. Man kann ja ohne Create a World gar nicht einfach irgendwo Straßen platzieren. Das irritiert mich gerade sehr. Das irritiert mich wirklich fast. Das habe ich vor allem noch nie gesehen. Und ich habe schon sehr, sehr viel hier in Champs-Les Sims gespielt. Aber das habe ich noch nicht bemerkt. Oh mein Gott. Ja, dann können wir vielleicht ein bisschen... Wir sind ins Museum gekommen, um zu knutschen. Was man halt so macht, ne? Lass uns mal ein bisschen romantisch sein. Ja, dann gucken wir uns doch einfach mal hier so ein bisschen die Ausstellung an. Ich weiß, das hatte ich auch schon mal mit... Mit Dingens gemacht. Mit... Violet? War das mit Violet und Armin oder war das mit Stella und Ryan? Waren Violet und Armin auch mal hier? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl... Oder war es mit Sophia und Leon? Keine Ahnung. Aber ich war auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Let's Play hier. Das hatten wir alles schon mal gemacht. Aber ich finde es halt irgendwie auch sehr sinnvoll. Ich finde es halt, wenn man nach Champs-Élysées kommt oder generell halt, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen Sightseeing macht. So, sich so ein paar Sachen anschaut und so. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Genau. Findet sie jetzt nicht so spannend. Okay. Dann können wir ja mal nach hier oben gehen. Können wir mal hier so ein paar Sachen betrachten. Du kannst da auch gerne. Ich finde es auch ganz cool, dass sie vielleicht so ein paar unterschiedliche Sachen betrachten. Je nachdem, was sie halt am ehesten interessiert. Genau. Das ist unsere Idee halt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie andersrum hier lang gehen kann. Ah, wahrscheinlich ist das der Rückweg eigentlich, ne? Oder? Wobei? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Hier kann man auch lang gehen. Ah, das ist dann die andere Ausstellung. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay. Ja, nee. Dann gehen wir einfach mal nach hier oben. Dann können wir vielleicht mal zusammen das hier betrachten. Das wäre doch ganz nett. Und dann können wir vielleicht mal zusammen romantisches Foto aufnehmen. So quasi vor dem Dingens hier. Um zu zeigen, so hey, wir waren hier und wir haben uns das hier angeschaut. So als Idee jedenfalls. Ich meine, der Hintergrund ist halt hier nicht so wie in Sims 4, dass man den irgendwie, dass er hier auf die Umgebung angepasst wäre. Aber wir können so tun, als hätten wir jetzt hier zusammen ein Foto gemacht. Während wir hier in Schaum-Blessim uns halt die Sachen anschauen. Und kann man sich das hier auch angucken? Und kann man sich das hier auch angucken? Ah, doch, betrachten. Genau. Können wir uns auch einmal betrachten. Ich meine, das sieht schon sehr, sehr cool aus mit den Sarkophagen. Dann haben wir hier noch was zu betrachten. Du kannst das hier mal angucken. Das ist der legendäre, ehrwürdige Königssarkophag. Alten Erzählungen zufolge birgt er mystische Kräfte. Oha. Okay. Ja. Oh, das hier würde ich noch betrachten. Das finde ich auch super cool. Das ist ja definitiv auch etwas. Also das sind ja auch, also die Sachen sind ja auch realen, ähm, realen Ausstellungs-Sachen und, und Dinge nachempfunden. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das hier, als ob sich der Sims das einfach alles ausgedacht hätte. Also das sind definitiv auch irgendwelche reale existierenden, ähm, Statuen, auch wenn ich den Kontext dahinter nicht kenne. Aber, bin mir ziemlich sicher, dass die real existieren. Was hast du für ein Problem damit, Corina? Sag mal, was geht denn bei dir ab? Kannst ja mal irgendeine lustige Geschichte erzählen. Ich glaube, er muss noch zu Ende gucken, okay. Und dann, dann möchte ich es versäubern, okay. Hast du das gesehen und dir gedacht, oh, wie gern ich das putzen würde. Mann, Elias. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach ja, und dann, ähm, Elias interessanterweise wünscht sich das Nektarium zu besuchen. Die hat jetzt eher gedacht, dass Corina sich das wünscht. Aber da können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zusammen hingehen. Das wäre der Plan. Und, äh, danach wäre für den heutigen Tag meine Idee gewesen, dass, ähm, Corina noch ein bisschen länger im Nektarium bleibt. Sich tatsächlich so ein bisschen mit der, ähm, mit der Fähigkeit beschäftigt. Also noch so ein bisschen Sachen, ähm, also noch so ein bisschen Nektar herstellt. Wie weit ist denn da unsere Fähigkeit aktuell? Oh, wir sind schon Level 9. Sehr krass. Ähm, und Elias wollte ich entweder auf Abenteuer schicken, weil man kann ja natürlich auch Sachen erforschen. Zum Beispiel können wir jetzt zu diesem Hügel, zu dem Grabhügel gehen. Oder, dass er ein bisschen angeln geht. Und ich bin mir noch nicht sicher, was mir lieber ist. Ähm, kann ich jetzt gerade nicht genau sagen. Ich fände irgendwie beides ganz cool und halt auch sehr passend für Elias. Aber, ja, ich wollte den beiden schon auch so ein bisschen Zeit für ihre eigenen Interessen geben. Und morgen wird dann halt wahrscheinlich ein kompletter Dating-Tag sein, dass wir, dass die beiden zusammen auf ein, äh, auf ein Date gehen einfach nur. Ich meine, das hier gilt halt auch als Date. Aber das ist halt eher so, so eine Art Erkundungs-Date. Ähm, dann können wir hier vielleicht mal ein paar Sachen kaufen. Mal gucken, was es hier gibt. Du möchtest eine Flasche Nektar eh kaufen. Dann passt das ja perfekt. Magst du vielleicht hier das Nektar-Regal durchsuchen? Genau, das wäre so die Idee, was wir hier heute machen. Einfach so ein bisschen hier die Umgebung kennenlernen. So ein bisschen hier umschauen. So, was sagt sie denn? Okay, oh, ja, wir müssen die Trauben alle kaufen. Eigentlich brauchen wir sogar mehr davon. Können wir zehn kaufen von jedem? Das Problem ist nur, also das Problem im Endeffekt ist, alles, was ich hier kaufe, Honig-Nektar, mhm. Ähm, alles, was ich hier kaufe, haben wir gar nicht wirklich dann zu Hause. Also wir nehmen das gar nicht wirklich mit, weil das hier ein anderer Safe ist. Und das würde halt auch gar nicht damit funktionieren, mit unserem normalen Safe. Pistazien-Nektar, das klingt spannend. Das, das würde auch gar nicht funktionieren, mit unserem normalen Safe, den wir haben. Aber wir können ja, ich, wir können ja trotzdem gucken, ob wir irgendwie an diese ganzen verschiedenen Trauben kommen, mit Corinna, und die trotzdem alle einmal anpflanzen. Weil wir tun ja jetzt so, als hätten die tatsächlich diesen Urlaub hier gehabt. Und das wäre eigentlich schon ganz schön, wenn wir die ja auch, die Sachen auch alle hier hätten. So. Ähm, magst du vielleicht mal Colette hier kennenlernen? Und dann kannst du derweil mal auf Toilette gehen. Ich dachte, ich könnte die beiden vielleicht auch zusammen was trinken. Ähm, mal kennenlernen. Genau, vielleicht kannst du dann mal hier hingehen und ein bisschen von dem Nektar servieren. Das wäre die Idee. Wie sehr freundet er sich denn jetzt an mit seinem Charmant begrüßen? Das würde mich ja mal interessieren. Nicht sehr viel. Naja. Immerhin. Immerhin ein bisschen. Kann ein bisschen über Familie reden. So, und dann würde ich gerne... Oh. Ich würde schon gerne einen perfekten Nektar trinken wollen. Hier den Kirsch... Nee, den Pistazien-Nektar. Der würde mich ja interessieren an ihrer Stelle. Wie der wohl schmeckt? Pistazien? Vielleicht ist das halt auch einfach tatsächlich ein Trauben-Nektar. Aber er schmeckt irgendwie nach Pistazien. Das gibt's ja auch. So, du kannst gerne mal einen trinken. Du kannst auch gerne mal einen trinken. Ich hoffe, die setzen sich irgendwie nebeneinander hin. Das wäre irgendwie ganz süß. Nee, sie setzt sich da hin. Setz du dich wenigstens dort drüben hin? Ja, gut. Dann kommt vielleicht Elias auch mit hin. Das wäre ganz nett. Ja, genau. Und dann dachte ich halt, könnten wir hier mal gucken. Wir haben ja hier so ein paar von den... Von den Weintrauben. Wir haben ja jeweils zehn gekauft. Und können wir einfach davon ein bisschen Nektar herstellen. Wie gesagt, wir könnten... Jetzt kommt sie hierher. Ich wollte eigentlich, dass mein Ehemann hierher kommt. Aber okay. Das ist komm du halt her, random Person. Aber dann können wir uns mit ihr auch ein bisschen anfreunden. Können wir sie ja mal ein bisschen kennenlernen. Aber es ist schon ein bisschen uncool. Jetzt kommt Elias hierher und denkt sich so... Äh... Ähm, bitte sehr. Ich wollte neben meiner Ehefrau sitzen. Was zur Hölle? Es tut mir sehr leid, Elias. Es tut mir sehr leid. Ja, du möchtest Edith als Freundin gewinnen. Das kriegen wir schon hin. Ja, genau. Du kannst mal hier nach unten gehen. Hier unten ist eigentlich auch ziemlich cool eigentlich. Hier gibt es auch Musik. Hier kann man tanzen. Hier haben wir mit... Mit Steve aus dem Moonlight Let's Play schon einige Sims aufgerissen. Ja, ja. Hier könnte man halt auch so Sachen erkunden. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir auch das mit Elias. Das wäre natürlich auch eine Idee. Dass wir auch einfach hier auf dem Grundstück bleiben. Weiß gar nicht. Ähm. Können wir uns mit ihr anfreunden? Können sie mal witzig begrüßen. Und dann können wir immer ein bisschen mit ihr quatschen. Okay. Findet uns witzig. Das heißt, wir können ein bisschen herumblödeln. Einen Witz erzählen. Einen regionalen Witz erzählen. Auch nicht schlecht. Und sie mal ein bisschen kennenlernen. So. Du solltest... Genau. Du solltest danach auf jeden Fall auf Klo gehen. Oh, wow. Oh, wow. Was können wir denn noch machen? Persönlichkeit nach. Ähm. Oh, ich denke mal, wenn wir mit ihr gute Witze erzählen, dann kommen wir da schon gut klar mit ihr. Es ist halt einfach schon 18 Uhr. Gucken wir mal. Ich würde auf jeden Fall gerne Zutaten platzieren gleich mal. Du möchtest nach Isomhara reisen. Bist du nicht so ein Fan von hier, oder was, Elias? Bist du hier nicht so ein Fan von? Das tut mir leid. Ah, ich würde auch irgendwie voll gerne mit ihm angeln gehen. Und ich glaube, hier kann man nur Nektar sammeln. So viel bringt uns das, glaube ich, auch nicht. Wir können auch einfach da hingehen. Lass mal da durch die Tür gehen. Ich glaube, Angeln würde uns mehr bringen. Aber andererseits wäre es ja doch ein bisschen langweilig, wenn wir Elias nur angeln schicken. Ach ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir hier anstellen können. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich jetzt mit ihr anfreunden möchte. Ich glaube, wir werden gleich erstmal ein bisschen unser Nektar herstellen. Weil dafür sind wir hauptsächlich hergekommen. Guck mal, hier liegt... Hier liest... Hier können wir doch eine Plakette mal lesen. Geheimtür finden wir auf jeden Fall auch gleich noch. Können wir den mitnehmen? Können wir nicht mitnehmen. Dieser Keller wurde als sicher und in seiner Bauweise stabil befunden. Nächster Prüfungstermin August 1872. Mhm. Ja, klingt als wäre das sehr... Oh. Oh Gott, was war das denn? Klingt als wäre das sehr nachvollziehbar. Sind das die Steine, die ich mit Steve theoretisch zertrimmern könnte? Ich weiß gar nicht. Gehen wir mal da durch die Tür noch durch. Da lag einfach Titanium auf dem Boden. Okay. Lass uns mal Graladina-Nektar machen. Das finde ich spannend. Dann können wir den Obst pressen und veredelte Nektar-Gewinnung. Oh ja, wenn schon, wenn schon, denn schon. Hä, du sollst den Nektar nicht servieren. Oh mein Gott. Elias, du solltest den Nektar einsammeln. Hä, du solltest den Nektar einsammeln. Dann können wir das hier mal öffnen. Das hier auch mal. Kann man nur Nektar probieren und gar nicht mitnehmen. Ich bin enttäuscht. So, was braucht man denn hier für einen Schlüssel? Schlüsselstein zum alten Nektar-Raum. Uh, aber hier können wir Nektar mitnehmen. Na, immerhin. Immerhin etwas. Ich glaube, dann werde ich ihn danach gleich mal angeln schicken. Weil hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr weiter für heute. Aber ja. Ich liebe schon, dass wir hier überall Nektar sammeln können. Oder, was wir vielleicht auch machen könnten, weil sie ist ja jetzt gleich fertig mit Nektarpressen, dass wir vielleicht zusammen noch mal essen gehen. Ich glaube, das halte ich für eine gute Idee. Elias hat ein bisschen Nektar gefunden. Corinne hat auf ihre Weise ein bisschen Nektar hergestellt. Und dann sollten wir aber auf jeden Fall demnächst noch mal zurückkommen und den Nektar abholen. Wenn wir jetzt einmal kurz essen gehen, dann können wir nämlich in die Stadt gehen, können uns was zu essen holen. Colette hat sich hier was einfach aus dem Kühlschrank geholt. Ein bisschen leckere Dosensuppe. Mhh. Na dann. Ja, ist halt schon ein bisschen undünstig gemacht, dass die Sims irgendwie immer hierher kommen zum Essen und alles. Könnte man auch mal upgraden, dieses Nektarium hier. Naja. Auch so eine Sache, die mir in Sims 4 fehlt. Klar, man kann halt irgendwie Säfte herstellen in Sims 4. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie Nektar herzustellen, oder? Ich finde, Nektar herstellen ist halt schon ein ganzes Stück cooler. So. Sieh, 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 sieh. Ein bisschen Eis. Okay. Nee, wir wollen ein bisschen besseres Essen als das. Lass uns mal zum Café gehen. Gefühlt sind, es ist jetzt irgendwie die gesamte Zeit, die diese beiden Sims hier sind, einfach nur ein dauerhaftes Date. Aber ich finde es süß, ich finde es süß. Ich meine, die sind halt hier für zwei Tage, es ist ein Pärchenurlaub. Klar ist das hier halt irgendwie wie ein komplettes Date die ganze Zeit. Ja, wir schauen mal, vielleicht können wir ja morgen ein bisschen angeln. Vielleicht so irgendwie morgen früh, bevor wir auf unser Date gehen für den Tag. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal sehen, mal sehen. Ja, aber ich dachte, dann könnten wir heute da essen. Und für den nächsten Tag habe ich noch einen anderen Ort geplant, wo wir essen können. So. Ist nicht das Restaurant hier? Ja, genau. Es ist eigentlich auch nur so ein kleines Café, aber ich habe das hier halt zu einem Restaurant geupdated, dass man hier alles Mögliche... Wir können hier auch Törtchen einfach kaufen. Wir könnten auch hier uns Snacks kaufen, aber... Ah, ich habe... Okay, ich habe das hier noch gar nicht alles eingestellt. Einen Moment, bitte. So, jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ich hoffe, es kommt gleich ein Koch. Yes! Veronique. Danke sehr, danke sehr. Dann, ja, da es jetzt halt schon relativ dunkel ist, wollen wir, glaube ich, nicht mehr draußen essen, sondern lieber hier drinnen. Ähm, vielleicht an dem Tisch hier. Du kannst mal eine Bestellung aufgeben oder setzen wir uns vielleicht erst mal hin, beide. Und dann holen wir uns hier was Leckeres zu essen. Halte das hier für einen schönen Ort zum Sitzen. Kommst du auch, Corina? Sehr gut. Dann können wir ja schon mal eine Bestellung aufgeben. Ähm, ich würde sagen, du isst vielleicht Froschschenkel und du vielleicht eine Boiabees. Wir wollen ja hier schon, äh, typische Gerichte von Frankreich essen, würde ich mal behaupten. Um das hier auch mal so ein bisschen kennenzulernen. Ach, ich mag das Restaurantsystem. Übrigens ein Store-Set, falls ihr das nicht wisst. Ist aus dem Store. Und, äh, ja. Auf jeden Fall eine Sache, die sonst in Sims 3 fehlt. Wenn man dieses Store-Set nicht hat. Ähm. Finde ich gut, dass es in Sims 4 relativ früh das als Pack gab. Finde ich halt schon irgendwie fehlend in Sims 3 andernfalls. Wen haben wir hier? Okay. Ständig irgendwelche Paparazzi um uns herum, ne? Ist schlimm. Dabei sind wir auch nur Level 1 Stars. Also so krass sind wir jetzt halt eigentlich auch nicht, dass wir hier die ganze Zeit von Paparazzi verfolgt werden müssten. Aber irgendwie passiert es doch. Keine Ahnung. Naja. Dann lasst uns mal hier unser Essen bekommen. Ich hoffe, wir kriegen direkt beide. Ja. Sehr schön. Und es funktioniert auch sehr, sehr viel schneller als in Sims 4. Funktioniert schon sehr, sehr viel schneller. Aber auch ein bisschen unrealistisch, ne? Wie schnell wir hier unser Essen bekommen haben. Nicht sehr... Nicht sehr in der Realität orientiert. Aber andererseits hat auch ganz angenehm. So. Du möchtest im Star-Level aufsteigen. Ich weiß ja nicht, Corina. Ich weiß ja nicht. Du möchtest Froschschenkel wunderbarer Qualität zubereiten. Ganz ehrlich, Elias, das klingt nach dir. Das klingt nach dir. Ja, dann würde ich die beiden jetzt tatsächlich erstmal für heute nach Hause schicken. Denn unser erster Erkundungstag lief doch sehr, sehr gut. Und kommst du mit? Doch, Corina kommt mit. Da sind wir ja echt nicht weit entfernt von. Hauptsache wir latschen hier nochmal hin. Und ja. Nun können wir nochmal ein bisschen romantische Zeit mit unserem Ehemann kurz verbringen. Oh, wir könnten nochmal zusammen in die Sterne schauen. Uh, und unser Nektar ist fertig. Sehr gut. Nektar aus dem Meloarweintraum herstellen. Könnten wir natürlich auch machen. Uh, und aus Avonadino. Nektarregale brauchen wir nicht. Nektar trinken. Können wir mal gucken. Ja, dann lasst uns doch zusammen nochmal in die Sterne schauen so ein bisschen. Finde ich süß. Können wir machen. Hoffen wir mal, dass wir morgen trotzdem noch genug Zeit haben für alles, was ich vorhabe. Wir schauen mal, wir schauen mal. Ach ja. Und danach kannst du noch auf Toilette gehen. Und duschen. Und du kannst auch nochmal hier reingehen. Ach, ich mag auch den Ort hier. Hier kann man, könnte man hier dran irgendwas machen. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man verlobt ist, könnte man hier dran vielleicht schon heiraten. Wobei, ich glaube nicht, dass sie das wirklich können. Weil, ähm, wir haben halt hier den, das, das, äh, Tor da drunter. Ich glaube schon, dass das frei sein muss, damit das tatsächlich funktioniert. Aber es sieht süß aus. So als Gartentürchen einfach. Äh, Laurent. Das ist ein bisschen creepy, dass du hier einfach vor unserer Ferienwohnung stehst. Vielleicht gehst du lieber wieder. Ja, danke. Also. Das finde ich wirklich nicht so cool, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber naja. Gut, dann war das hier der erste von zwei Urlaubstagen von Corinna und Elias. Und in der nächsten Folge werden wir halt ein komplettes Date haben. Und, ähm, so als kleinen, als kleinen Teaser darauf. Wir werden nach da oben hingehen und werden da unseren Tag verbringen. Wer im Livestream dabei war, weiß, was wir vorhaben. Aber, ja, wir werden es dann nächstes Mal sehen. In zwei Folgen tatsächlich. Weil nächste Folge geht es wieder mit Valerie und mit kleinen Mara weiter. Und wir werden unsere Teenager-Party feiern. Jetzt, wo unser Bruder und unsere Schwägerin aus dem Haus sind. Und, ja, da hoffe ich, seid ihr auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.